Was haben wir denn heute vor? Oh ja, heute ist nämlich ein ganz besonderer Tag. Seit sechs Jahren, seitdem ich diese Klitsche hier mache, es automatisch, freue ich mich auf diesen einen Moment, mal gefragt zu werden, ob ich das Auto hier fahren kann. Wir haben hier den 27, da noch mal 27 S Spider und 720 PS, 770 Newtonmeter Drehmoment und diese Hammer mega coolen Flügeltüren. Und wir fahren jetzt eine Runde hier in Hamburg, hoch nach Travemünde. Was jetzt passiert, das ist richtig cool. Was jetzt Wasser? Was ist das ? Was ist das ? Was ist das für Sie? Untertitelung des ZDF, 2020 Wir gehen später noch näher auf das Auto ein, auf seine ganze Karosserie, auf die Carbon-Teile hier. Alles vom Follows Function, aber was ich natürlich nicht erwarten kann gerade, ist das Anlassen, wie dieses Teil klingt. Das erste Mal Anlassen, mein allererstes Mal hier im McLaren. Und Vincenzo ein Hochdrehzahlmotor. Wie krass ist das denn? Okay, los geht's. Also während Vincenzo hier mal seinen Sitz noch einstellt, weil das mal wieder nicht schnallt. Oh cool, diese Geflügeltüren. Das ist so cool. Das ist so cool. Okay, Fahrstufe, ganz normal D. Und die Fenster, genau. Ich wünsche dir übrigens viel Spaß. Ja, ich wünsche dir auch viel Spaß. Aber er ist echt leise gerade, ne? Ja. McLaren verbaut ja auch eine optionale Sportabgasanlage. Aber keine Klappenanlage hier in dem Auto. Also nichts, was man aktiv betätigen kann. Ja, Ticket. Super. Thank you, Sir. Thank you. Oh. Sorry again. Oh. Is that definitely the right ticket? This is... Is that the one you're in the front? Ja. Is that the other one? That was in here. Okay. So... I'll have to go and ask the guys in there. Oh, okay, okay. Haben wir wohl keine Erlaubnis hier rauszufahren? Vincenzo, was hast du gemacht? Hast du dein Ticket hier ausgetauscht? Hab ich mein Ticket ausgetauscht? Hab ich... Ich stelle wieder gerade mein Ticket an. Ne, ich hab mein Ticket. Das wäre der richtige Schwaben-Move gewesen. McLaren jetzt das Parkticket hier zahlen zu lassen. Ja, wir haben ja keinen... Also wir haben hier die optionale Abgasanlage drin. Man kann sie aber nicht aktiv anwählen. Also die Klappenanlagen kann man nicht aktiv... So, dass es laut klingt und so, hat McLaren auch gerade gesagt. Das hat McLaren noch nie gehabt. Wollen sie auch nicht haben, weil es ist ja keine Prolo-Karre. Im Interieur fühlt man sich echt luftig, wenn man hier so sitzt. Man hat viel Platz, mehr Platz als ich dachte, weil die ganze Aussparung hier vorne relativ großzügig bemessen ist. Und die Sitzposition ist ja einfach nur cool. Wenn man nach da vorne guckt, die abfallende Tor, man sitzt sehr nah an der Vorderachse. Das ist ja richtig, richtig cool. Ganz schlanke Sitze hier. Hammer. Und auch dieses Paneel hier ist echt schön und funktional gemacht. Alles hier kann man draufdrücken. Und auch deaktivieren und aktivieren den Luftstrom. Ganz einfach, ganz simpel. Plastikteile. Spiegel. Oh, das ist aber... Okay, das ist aber ein Kunststoffspiegel. In dem... Wie viel? 300.000 Euro Auto. Wahrscheinlich mit Optionen dran. 50.000 oder 380.000 Euro Auto. Plastikspiegel. Land Porsche exklusiv, aber schönere Spiegel. Okay, was soll man machen an der Schranke? Was kann man so mit so einem Supersportwagen machen? Der draufschalten und... Ich tippe ja nur an. Wie schnell der hochdreht. Das erinnert mich so ein bisschen an Carrera GT. Der hat auch so ein ganz kleines Schwungrad und dreht so ganz kurz so... Obwohl es ein Turbomotor ist, ist der halt... Richtig, richtig spontan stark. Mann, oh Mann, oh Mann. Ist da stark. 720 PS. Und das ohne Dach. Ich bin echt richtig, richtig gespannt. Und diese Schranke, die verlängert gerade diese Zeit. Ich bin so nervös. Ich will endlich fahren jetzt. Weil wir jetzt hier so lang stehen, tatsächlich. Gehen wir gleich mal auf diese Sporteinheit hier. Die Variable Einheit muss man erst aktivieren. Und dann kann man hier die verschiedenen Fahrmodi einstellen. Jetzt gehen wir mal auf Track. Und dann fährt das Display hier ein. Und es kommt das kurze Display. Also dieses kleine, minimale Display. Hier zum Vorschauen. Und geht mal wieder zurück. Und dann kriegt man wieder das ganz normale Display. Dann bin ich mal sehr gespannt. Auf das ganze Abenteuer hier. Was für ein Auftritt. Und der muss immer sein. Was für ein unfassbar cooles Auto. Klar, wenn man Porsche fährt und so, dann ist das immer schon echt cool. Neue 992 hatten wir ja auch im Review. Macht richtig viel Spaß. Aber das hier ist halt echt eine ganz andere Hausnummer. Und dann vor allem mit diesen Flügeltüren, die halt echt einen Auftritt machen. Und richtig, richtig cool aussehen. Ja, hier McLaren 27S Spyder. 27 PS, 77 Newtonmeter. Sieht man gleich. Basiert auf einem Vollcarbon Monocoque. Sieht man hier auch die breiten Flanken. Hier die breiten Schweller, über die man seine Beine heben muss. Aber der Einstieg, der gelingt eigentlich echt gut. Werden wir gleich nochmal sehen. Mache ich jetzt nicht, weil wir erstmal an die Außenhaut gehen. Ja, natürlich ist auch Gewicht extrem wichtig. Vor allem bei McLaren. Wir haben hier ein Trockengewicht. Trockengericht. Achtung. Ohne Flüssigkeiten drin von 1380 Kilogramm. Das ist mit Flüssigkeiten drin dann rund 100 Kilogramm schwerer. Also sind wir bei 1480, 1470 Kilogramm. Was richtig, richtig gut ist für so ein Fahrzeug. Denn im Segment, in diesem Segment, in diesem Supersportler-Segment, ist er der mit dem geringsten Gewicht. Neben 488 Ferrari zum Beispiel. Oder auch neben Lamborghini Huracan. Ja, hier vorne sehen wir viel Carbon. Das ist alles optional. Gleich vorne weggenommen. Wer sich Carbon hier kaufen möchte, der muss richtig tief in die Tasche greifen. Wir haben hier auch einzelne Carbon-Pakete, die ich nicht alle auswendig benennen mag. Jetzt gerade und auch gar nicht kann. Aber zum Beispiel die Inlays hier vorne an den Lichtern hier, an den LED-Voll-LED-Scheinwerfern hier. Die übrigens komplett filigran eingearbeitet sind in diese ganze Karosserie vorne. Und hier alles, die ganzen Luftöffnungen, überhaupt keine Show. Denn bei McLaren ist natürlich immer Form follows Function. Und hier kann man überall durchgreifen. Das ist alles hier offen. Auch da unten ist es offen. Selbst hinten ist alles offen. Das heißt, jedes Bauteil hier, jede Öffnung, alles hat eine Funktion. Das macht diesen McLaren so unglaublich spektakulär. Neben seiner Optik, die zugegebenermaßen sehr gewöhnungsbedürftig ist. Seine Front schaut schon ein bisschen aus, als wäre man ein bisschen vom Mars, vom Mond oder von irgendeinem anderen Planeten, von irgendeinem Stern. Aber das macht ihn ganz genauso attraktiv. Und vor allem, die Leute schauen, klar, natürlich, die Leute schauen bei so einem Auto in so einer relativ unauffälligen silbernen Farbe doch ganz schön arg. Farbe fällt mir gerade nur ein, deswegen habe ich kurz gezögert. 37 Außenfarben gibt es. Und es gibt natürlich bei McLaren, weil McLaren Serie natürlich nicht exklusiv genug ist, gibt es nochmal ein Special Department. Da lassen sich nochmal 15 Außenfarben konfigurieren. Und dieses Special Department, das kümmert sich so ähnlich wie bei Porsche Exklusiv oder auch bei Jaguar Lendro, weil eben auch so ein Special Department machen die Engländer ja sehr, sehr gerne, kümmert sich dann auch natürlich um die ganzen anderen Ausstattungsmerkmale, wie zum Beispiel auch die eben angesprochenen Carbon-Teile. Ja, hier an die Seite gehen wir mal kurz. Da sehen wir auch die Öffnungen hier, alles Aerodynamik geschuldet. Hier vorne für die Bremsenentlüftung, damit hier in dem Kanal hier unter den Kotflügeln auch keine Wirbel entstehen. Dahinter die Bremsen, Keramikbremsen, richtig, richtig cool und richtig groß. Wenn man hier diese Kolben oder diese Sättel nochmal geschliffen und poliert haben möchte, nicht in Rot, gibt es auch die Option. Dann kostet es natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Aufpreis. Ja, die Türen lassen sich öffnen, indem man hier einfach reingreift. Das ist einfach ein kleiner Miniatur, elektrischer Knopf, elektronischer Knopf, genau. Und dann kann man die ganz leicht nach oben gleiten lassen und die lassen sich echt total einfach und easy handeln. Ja, auch hier wieder an der Seite, wenn es die Kamera mal einfangen kann, kann man hier überall durchfassen. Das ist alles offen. Da strömt die Luft direkt natürlich in das Herz dieses Fahrzeugs, in den V8 Biturbo-Motor da hinten. Das jetzt hier gerade vorbeigerollt kommt mit diesem richtig butterweichen Klang, der richtig, richtig schön klingt. Habe ich schon mehrmals gesagt, 27 PS, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Werden wir auch gleich nochmal erleben, wie sich das überhaupt anfühlt. Wir haben hier kein Allrad, sondern einen reinen Hecktriebler, der auf die Hinterachse nur das Ganze lenkt, die ganze Kraft. Ja, hier hinten kann man leider nicht reinschauen, doch schon ein bisschen kann man reingucken in den Motor. Aber wir haben hier keine Abdeckung aus Glas, braucht es eigentlich auch nicht, ist ja auch ein Spider. Ganz schnell noch zum Heck. Wir haben hier hinten auch wieder eine adaptive und aktive Aerodynamik und auch hier hinten wieder alles offen. Man kann hier quasi durchschauen bis ins Getriebe. Richtig gut gemacht und auch hier hinten alles wieder Vollcarbon, aber alles optional. Wenn man alle Carbon-Pakete zusammen addiert, bestellt, dann liegt man auf jeden Fall so bei 40.000, 50.000 Euro. Denn alles hier einzeln aus Carbon anzufertigen, ist natürlich auch ein riesiger Aufwand für McLaren. Hier oben stehende Endrohre. Wir können hier auch eine optionale Abgasanlage bestellen. Keine auf Knopfdruck, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Hier ist die Optionale drin, dass es einfach ein bisschen kerniger klingt. Ja, und der Flügel, sehen wir auch nachher noch, der ist adaptiv und passt sich immer der Fahrgeschwindigkeit an. Und hilft auch beim Bremsen aus vollen Geschwindigkeiten hier mehr Druck auf die Hinterachse zu bringen. Das ist vor allem auf der Rennstrecke ganz wichtig, wenn man das Auto einbremst in die Kurven, dass man auf jeden Fall auf der Hinterachse noch mal mehr Gewicht hat, weil das Auto natürlich leicht wird. Wenn man vorne einbremst, dann kommt das Auto ja hoch. Deswegen, der Heckflügel ist ein nicht zu untersetzendes Element für das Fahrzeug. Ja, und jetzt fahren wir noch mal. Alles ist an diesem Auto richtig, richtig gut, aber der Wendekreis ist tatsächlich eine Nummer. Neben übrigens diesen Innenspiegeln hier, die über keine Lichtfunktion verfügen, überhaupt gar nicht gut. Und hier kommt überall Sonne rein, was soll das eigentlich? Aber der Wendekreis hier ist tatsächlich nicht optimal. Jetzt hier sieht man das, es geht schon, aber in engen Gassen und so hat man damit, muss man halt ein bisschen öfter rangieren. Ist ein bisschen ungewohnt, aber kriegt man natürlich auch irgendwie hin. Da wir jetzt auf der Autobahn sind und hier ist sogar frei auf der 1, wollen wir mal schauen, wie das Teil hier fährt auf der Autobahn. Bin ich noch nie gefahren, McLaren auf der Autobahn. Schaltet dafür in den, übertriebenermaßen, in den Track-Modus. Aber trotzdem, das Display hier vorne, nur noch ein bisschen Technik, das kann man auch noch mal manuell hervorholen. Also es muss nicht im Track-Modus so klein sein. Wir halten es jetzt aber trotzdem mal so klein, weil es einfach cool aussieht. So, in 7,2 Sekunden auf 200. In 2,9 Sekunden auf 100. Und es ist relativ, relativ laut natürlich jetzt bei 200. Spitze ist 354 kmh. Aber die kann er nur fahren, wenn das Dach geschlossen ist. Man kann leider nicht so schnell fahren, nur 300, was war es, 330, wenn das Dach offen ist. Aber das macht ja gar nichts, weil dieses Frischluftgefühl, dieses Gefühl hier direkt auf der Straße zu sitzen, alles ganz direkt, alles ganz präzise, ist einfach der Wahnsinn. Und dieses unter diesem Himmel, das kann leider nur ein einziger Porsche wahrscheinlich auch liefern, nämlich der 918 Spyder. Ansonsten hast du das hier nicht. Ja, Wahnsinn. Aber allein diese Beschleunigung, wie sie das anfühlt, wir hatten ja auch schon den Panamera Turbo SE Hybrid im Test. Hat ja auch knappe 700 PS und ein phänomenales Drehmoment. Aber die Beschleunigung in dem Auto ist deutlich viel unmittelbarer, viel direkter und fühlt sich an, als wäre es in einem Zeitwindkanal. Also quasi wie in so einer Zeitspule. Der ganze Kopf, den setzt so richtig nach hinten. Und das ist echt der absolute Hammer. Das waren wir leider wieder von der Autobahn runter. Sehr schade. Aber das war schon echt eine Nummer. Und auch die Präzision, mit der das Auto hier in diesen hohen Rhein fährt. Oder diese Zwischenknäller, die nicht eingesteuert sind, sondern die wirklich ganz natürlich kommen. Und die man auch nicht vorhersehen kann. Wahnsinn. Und Wahnsinn ist auch noch, wir haben ja diese 720 PS hier drauf. Allein auf der Hinterachse, dass das Auto damit umgehen kann. Es gibt andere Autos, die haben 500 PS und schaffen es nicht, ihre Leistung, ihre Kraft auf die Straße zu bringen. Und das Auto hat hier einfach 720 PS und man merkt im Trackmodus einfach nur, wie das Heck immer ganz leicht nur schlingelt, aber nur damit sagt, es ist da. Also nur, hallo, ich bin da und das war es auch schon. Mehr merkt man hier nicht, das geht komplett in gerade Auslauf, wenn man hier voll aufs Gas geht. Und das ist super angenehm zu dosieren. Richtig, richtig angenehm. Driften können wir leider hier nicht, auch im öffentlichen Straßenverkehr können wir leider nicht. Das hätte mich nochmal richtig interessiert, wie das Auto hier driftet. Man driftet vor allem mit dem Programm, was man hier noch drin hat. Man kann hier mit Driftwinkeln und so, dass es hier noch elektronisch dann gesteuert ist. Dann kann man den Driftwinkel eingeben in dem Navigation- und Multimediasystem hier. Und dann tatsächlich auch so tun, als wäre man der Superstar im Driften und das Auto fährt eigentlich kontrolliert im Drift. Also richtig coole Sache. Hätte ich gerne ausprobiert, aber hier im öffentlichen Straßenverkehr am Timmendorfer Strand ist es vielleicht ein bisschen schwierig, oder? Ja, ansonsten absolut cool, auch zum Cruisen, auch wenn man hier wieder umstellt. Die Spreizung zwischen Sport und Komfort haben mir viele meiner Kollegen, die da schon hier gefahren sind, 27S. Kein Spider, der ist ja ganz neu, Europa-Premiere. Ich habe schon gesagt, die Spreizung ist sehr, sehr groß. Ich hatte daraus verstanden, dass sie noch größer ist. Also ich bin mit größeren Erwartungen hier tatsächlich dran gekommen. Die Spreizung ist groß, aber im 911er oder so mittlerweile ähnlich. Also zwischen Komfort und Sport kann man beim 911er in etwa die ähnliche Spreizung. Ja, also zum Cruisen hier ganz normal ist es echt auch wirklich entspannt. Was ich vorhin auch schon gesagt habe, viel Platz hier. Ich kann meinen Arm hier relativ weit einfach gemütlich liegen lassen. Normalerweise sitzt man hier, weil die Türen hier, die Flügeltüren sind natürlich sehr breit und sehr ausladend nach außen in der Karosserie. Hier drin kann man hier das sehr ausnutzen, diesen Platz. Man fühlt sich total frei und das ist eine sehr ungewohnte Sitzposition für mich, weil ich sowas in so einem kleinen, relativ kleinen Auto noch nicht vorher erlebt habe. Ansonsten hier auch, machen wir gleich weiter, wenn wir so schön cruisen, Navigationssystem, Multimeter-System, das ist okay, das ist gut zu bedienen. Das reagiert in Ordnung, erinnert ein bisschen an so ein TomTom-Navigationssystem. Damit kommt man auf jeden Fall klar. Die Bedienung ist hier auch echt einfach und relativ, relativ, mit Home-Menü darin, in der Mitte, relativ. Ah, hier ist übrigens die Variable Drift Control. Hier kann man das einstellen. Autobahn hatten wir, Cruisen-Landstraße hatten wir und jetzt fahren wir noch mal ein bisschen flotter Landstraße, um das Auto noch mal ein bisschen zu erleben, weil das gehört ja tatsächlich dazu. Und jetzt... Das ist der absolute Wartende, diese Beschleunigung von 0 auf 100, 2,9 Sekunden und immer dieses Knallen dazwischen drin, das nicht eingesteuert ist, sondern immer mal kommt, wann es will und mal wegbleibt, wann es eben auch wegbleiben will. Also nicht wie bei den meisten, dass es hier, das Knattern noch eingesteuert ist. Das ist richtig schön. Allgemein kann man hier tatsächlich sagen, dass man mit dem Auto, wenn man das alles hier im Track-Vodus hat, auf dieser Landstraße, so unfassbar präzise, ich weiß, ich sage das sehr oft, auch bei Porsche-Modellen, aber so unfassbar präzise fahren kann, du kannst hier quasi das Ding anstellen und dann fährt es dich durch die Kurve durch. Keine Karosserie-Wankbewegungen. Du hast das Gefühl, das Auto fährt einfach wie ein stehendes Brett durch alle Kurven durch. Und das ist einfach der absolute Wahnsinn. Das ist einfach eine Klasse, nochmal oberhalb der Klasse, die ich bislang kennengelernt habe. Porsche 911 zu fahren, auch GT3 ist der Hammer. Es sind wahnsinnige Fahrzeuge, aber das ist jetzt nochmal 0,5 Ebene weiter nach oben, wo diese Perfektion dieses Fahrens nochmal auf die Spitze getrieben wird und gepaart wird mit einem ansprechenden Design und einfach Linien und Formen, die man einfach nicht gewohnt ist. Und dieses extraterrestrische Design quasi, das überträgt sich in den Innenraum und auf die Fahrdynamik und genau das ist das, was diese Faszination einfach ausmacht. Nicht nur, weil ich es jetzt zum ersten Mal fahre, sondern auch einfach, weil das alles hier so perfekt und einfach satt ist. Nicht nur der Motorklang ist satt, sondern alles hier, auch Fahrwerk, die Fahrwerksabstimmung ganz gleich, ob im Komfortmodus oder ob im Sport- oder Trackmodus, alles ist sehr, sehr satt hier abgestimmt. Man hat nicht das Gefühl, dass hier irgendwas locker ist oder irgendwas knattert oder knistert, sondern hier ist einfach alles perfekt zusammengefügt. Ja, das macht dieses Auto hier aus. Zum Preis noch, weil das Ganze hat ja auch einen Preis, dieser ganze Spaß hier. 273.000 Euro kostet er im Grundpreis, das ist schon eine Nummer. Damit ist es das schnellste Cabriolet gerade auf dem Markt und aber auch eines der teuersten. Vor allem wird man mit 273.000 Euro nicht auskommen, denn allein schon das Dach hier zum Beispiel, das ein integriertes, optionales Glasdach hat, das will man dann vielleicht doch haben oder manches Carbon-Teil im Interieur, auch hier an den Seiten. Diese Carbon-Teile, die sind alle optional, das sind alles Sachen, die schlagen dann wirklich richtig preislich zu Buch. Aber gut, man ist hier tatsächlich einfach im Supercar-Segment und das kostet eben, das kostet richtig, richtig viel Geld. McLaren selbst hat ja bislang immer so 4.500 Fahrzeuge gefertigt und geht jetzt immer stückweise höher, nähern sich so ein bisschen Ferrari an und fertigen jetzt auch ein bisschen größer in ihrer Serie. Also ein bisschen in die Richtung 5.500 bis 6.000 Fahrzeuge. Das ist schon echt eine Nummer für dieses Segment, dass doch so viele Abnehmer da sind. Aber wenn man das einmal gefahren ist, dann versteht man das auch, warum das so ist. Denn diese Faszination für dieses Auto, auch wie man hier drin sitzt mit der großen Scheibe und der relativ liegenden Sitzposition, den dünnen Schalen, die aber nicht aufdringlich wirken, aber einen trotzdem fest im Griff haben, das macht es halt echt aus. Hier gibt es noch ein Track-Paket, dann hat man noch ein bisschen Verstrebungen hinten drin und auch noch ein paar Gurte hier, 6-Punkt-Gurte. Aber das braucht es dann tatsächlich nicht, weil mit dem Fahrzeug, das ist ein Rennwagen für die Straße und genau das braucht man auch für diesen Preis. Und genau das, das fasziniert mich tatsächlich auch sehr. Jetzt nochmal zum Schluss hier auf die letzten Kurven, auf die letzten Meter. Vielleicht haben wir nochmal die Gelegenheit, hier nochmal einmal Gas zu geben. Wir schalten hier übrigens über ein Doppelkupplungsgetriebe, 7-Gang, ähnlich wie im VW-Konzern. Und die Schaltzeiten sind phänomenal kurz und im Track-Modus spürt man auch diesen Zwischenpunch noch bei dem Getriebe, dass hier nochmal der Gang richtig eingebrettert wird. Das ist echt, echt eine Nummer. Das ist echt eine wahnsinnige Nummer. Und dann immer dieser satte Sound und Klang im Interieur, der dann wirklich auch hier direkt aus dem oben liegenden Abgasentrohren ins Interieur kommt, passt genau. Er ist nicht so prollohaft, er ist schön an der Statement, satt, aber trotzdem noch sehr selbstbewusst. Und jetzt wieder dieser Knall, wie cool der einfach ist. Richtig, richtig Hammer. Das macht wirklich diesen McLaren aus. Ein unfassbar cooles Erlebnis, auch für mich persönlich. Was für ein unglaublich cooles Gerät. Ich glaube, man hat es gemerkt, auch wenn man das Auto so anschaut. Und wir haben hier hinten noch ein bisschen was zu besprechen. Ganz kurz nochmal auf das Heck einen Blick werfen, weil es einfach so cool ist, neben diesem englischen Nummernschild, das wir hier haben. Ein mittig positionierter McLaren Schriftzug, zwei Endrohre, die wirklich oben rauskommen und die diesen Klang echt verkörpern, dieses V8-Bito-Motors, der da hinten drin liegt. Alles Glas, die C-Säule hier, das ist nochmal eine echte Besonderheit. Alles aus Glas sieht man jetzt aus dem Winkel nicht, aber erleichtert natürlich auch diese Umsicht. Das ist eine ganz, ganz große Stärke, dieses Auto. Man denkt ja immer bei solchen Autos, auch bei Lamborghini ist es ja teilweise auch so, dass man einfach nicht sieht. Die Umsicht ist so schlecht, bei diesem Auto hier sieht man nicht nur richtig gut nach vorne, sondern man sieht das komplette Auto, die komplette Umsicht richtig, richtig gut. Und das ist ein echter Pluspunkt für dieses Fahrzeug, gerade in diesem preislichen Segment. Ansonsten, ja, die Karosserieform, die Sprache, die ist ein bisschen außergewöhnlich, sehr, sehr expressiv. Aber die Leute schauen, ich habe noch kein Fahrzeug gehabt in meinen sechs Jahren Automativ, wo die Leute so danach geschaut haben. Selbst Leute, die sich nicht auskennen mit Fahrzeugen, mit Autos, die schauen bei diesem Fahrzeug. Ja, und das führt auch gleich zum Fazit schon, wenn wir jetzt wieder an die Front hier kommen, für dieses schöne Abschlussbild. Hier das McLaren 720 S Spider, der ganz, ganz neu auf dem Markt ist. Seit März werden die ersten Kundenfahrzeuge erst ausgeliefert und wir fahren ihn jetzt schon. Der geht jetzt gleich weiter in die nächste Location, deswegen heute war ein bisschen zeitig eng. Aber trotzdem, einen Eindruck hat man echt bekommen. Das Auto geht nicht nur ab, wie sonst noch was, 2,9 Sekunden von 0,5 kmh. Ja, das spürt man verdammt am ganzen Körper. Und man kann es gar nicht anders sagen, als mit einem Dauergrinsen dieses Ganze zu kommentieren. Und dieser Sound, auch gerade im Leerlauf, immer so ein bisschen antippen, kleines Schwungrad. Man merkt, der Motor, der dreht unfassbar gerne hoch und auch ist ganz schnell wieder unten im unteren Drehzahlbereich. Ist ganz spritzig, extrem drehfreudig. Und dieses Feeling einer Geschwindigkeit wird durch dieses Auto tatsächlich echt ein bisschen neu definiert. Klar, wir haben ja auch den Test des Panamera Turbo SE Hybrid schon gehabt. 680 PS, auch knappe 700 PS. Wahnsinniges Drehmoment. Aber diese Geschwindigkeitswahrnehmung hier in diesem Fahrzeug, gerade auch in dieser Position, wenn man wirklich in einem Rennwagen sitzt, ist eine ganz andere. Ja, und ich glaube, das ist wirklich das Auto, wenn man sich in diesem Segment umschaut, dann muss man auf jeden Fall auch einen Blick auf den McLaren 720 S Spider oder auch nicht werfen. Aber wenn schon dieses Auto, dann ohne Dach, meine zumindest ich. Eine Sache noch zum Schluss, Thema Kofferraum, Thema Verdeck hier, weil das wirklich was richtig Besonderes ist, neben diesen coolen Türen, die ich immer wieder erwähnen muss. Wenn man hier das Dach dann schließt, 11 Sekunden, man kann mitzählen, wir können auch eine Uhr mitlaufen lassen, machen wir aber nicht, aber das ist dann richtig cool. So, und jetzt haben wir hier hinten, jetzt muss ich wieder in die Tür gehen, hier hinten können wir den Kofferraum öffnen. So, und da ist auch nochmal Stauraum. Klar, das Auto hat wenig Stauraum, aber hier passt doch eine Menge hin, mehr als man denkt, und zwar auch höher als man denkt. Dann allerdings passt dieses Dach nicht mehr rein. Die zweite Sache, die ich noch zeigen wollte, wenn ich das jetzt hier wieder runter mache, ist tatsächlich das Dach, das Glasdach. Wenn man das nochmal von der anderen Seite sieht, wenn der Kameran nochmal die Tür aufmacht, dann kann man nämlich hier drunter gucken. Und das ist eine Option, ist nicht serienmäßig, aber man kann hier in dieser Illumination, wie man auch das sieht, kann man das hier verstellen, und dann ist es plötzlich klar. Und dann kann man wieder drauf drücken, oder es ist wieder dunkel. Das ist ein richtig cooles Gimmick, wiegt nicht wahnsinnig viel mehr als beim Coupé, und sieht noch richtig cool aus. Übrigens, auch dieses Auto, klar, Sie wissen, ist wahrscheinlich 49 Kilogramm nur mehr als das Coupé. Ziemlich beachtlich, denn normalerweise denkt man ja, man braucht noch mehr Verstrebungen, auch oben im Dach, aber durch dieses Monocoque hat McLaren das tatsächlich hingekriegt, ohne Verstrebungen oder ohne sonstige Verstärkungen irgendwo, das Fahrzeug trotzdem ganz genauso steif zu lassen. Ja, und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen. Abonnieren unten nicht vergessen, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal. Vielen Dank.